Ich hab aber auch noch gar keine Fahne. Ich weiß nicht, wie Gäste die Leute heiraten oder was? Echt? Ja, die haben wir heute von gesprochen. Ach so, okay. Ich hab schon jeden, der hat die Fahne hoch. Irgendwann könnte ich ja auch passen hier, familienmäßig. Ja, ich dachte, jetzt hätten sie wegen dem englischen Bürgermeister noch alles rausgehängt. Ja, bei Hermie, da hängt doch der englische Fahne. Da ist doch der Bürgermeister von Salisbury, wohnt bei Hermie im Moment. Da geht die Prominenz ein und aus, ja. Ja. Tschüss. Ja. Horridou. Ciao. Tschüss. 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 Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Nach 100 Metern links abbiegen in die Dorfstraße. Jetzt links abbiegen. Ich wollte mal da den Körbel dran machen an die Kamera. Mama. Filmsverfahren. Films hat doch jetzt nicht alles, oder? Doch. Die ganze Fahrt. Ja. Ja. Wenn ein Bericht irgendetwas Interessantes passiert, dann haben wir das mit dem Film. Ja. Bestimmt. So arbeiten echt für die Leute. Bestimmt auch, ne? Ja. Ja. Nach 100 Metern links abbiegen in die Sonsbecker Straße. Jetzt links abbiegen. Los. pieces. Sp偉. Oder. Dieen Hebron. Dann gehen wir ja nach. turning auf den Laden. Dieen Hebron. Dieen Hebron. Dieen Hebron. Die. Dieen Hebron. Dieen Hebron. Das ist schon eine gute Idee. Gut, der Film läuft. Ich wollte nur gleichzeitig ein Ladekabel rein. Also man kann auf der Kamera, wie jetzt in der Auflösung, ich glaube 8 Stunden Film, passt auf die Chipkarte drauf. Ja, aber ich weiß nicht, ob der auch die Batterie auch so lange hält, deswegen Ladekabel mit dran. Die nächsten 8 Kilometer der Streckenführung folgen. Also wenn der sowieso hier ist, dann kann man da doch mitnehmen. Und weitergehen, dann lure ich dazu Tallens. Die neue Stimme sind Donkey bis zur Front hábren. Die configurater Reise ist fest und dabei funktioniert uns nicht nur eine solcheisse Ebene, die in der Fotos nach oben geht, wenn wir K Hammertoo weiterkommen. Wir sind ein Ladekabel mit einem Daugen der 3.0 fx und nach oben geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jan, kannst du mal in meinem Rucksack gucken, ob du da irgendwo so eine Brillendose filmst mit meiner Sonnenbrille drin. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Fach oder... Ich guck erstmal in das Hauptfach vorne rein, in die große. Guck mal rein, ob die Sonnenbrille da drin ist. Dann gib mir die mal nach vorne oder die Dose mit Brille. Dankeschön. 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 Was denn für Bodos? Ja, weil wir aufgemacht sind. Einfach ein paar Bodos. Aha. Dankeschön. 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 Ist hier dieser Seitenstreifenassistent für die Autobahn auch an, der dann gegenlenkt? Ne, da sind links die Knöpfe. Hier die? Der Spurassistent, meinst du? Hier meinst du? Ja. Und da sind auch die Knöpfe. Wahrscheinlich hier der zeigt so Streifen an. Guck. Upsala. Boah, ich hab gerade geknallt. Ja, ich hätte nicht wirklich mal für die Kamera gehabt. Boah, Hilfe. Der Warte war auch schon mal für die Kamera. Ja, ja, ja. War knapp. Ja, aber da kann man ja nachher auch Musik einspielen oder so. Nach 500 Metern links abbiegen und dann rechts halten. Ja. 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 Jo, Kippe in der Hand, Fenster auf, Kippe gleich rausschmeißen, das sind die Richtigen. Füge, tief aus dem Auto schmeißen, kann man auch einen drankriegen wegen Umwelterschmutzen. Jetzt links ab ihn und dann rechts halten. Jetzt rechts halten. Der Streckenführung weiter folgen. Der Streckenführung weiter folgen. Der Streckenführung weiter folgen. Der Streckenführung weiter folgen. Dann rechts ob er weiterfacht. Was war das? Ich war lieber gestern. Tschüss. Vorsicht, die Kranzerfahrt. Jetzt gehen wir nach die Kranzerfahrt nach Kanzerfahrt und fahren nach Kanzerfahrt. Hier war es auch schon mit der Kranzerfahrt. Das ist ger levers an. Hier ziehen wir jetzt die Kranz. Vielen Dank für die Kranzerfahrt. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Michael Himmler. Montag. Die Bundesregierung reagiert auf die vielen Beschwerden bei der Zustimmung von Post. Sie will die Rechte der Kunden stärken und erweckt Strafen. Im vergangenen Jahr hatte sich die Zahl in Beschwerden noch mehr als 12.000 verlaufen. Alex Klemmer, WDR Berlin. Das Wirtschaftsministerium sagt jetzt, es sei dabei, Zitat, Optimierungen bei Sanktionsmöglichkeiten zu prüfen. Das heißt, übersetzt sich deutlichere Strafen bei schlechten Leistungen. Für den Briefdienst der Post gibt es rechtliche Vorgaben. Das Porto ist von der Umsatzsteuer befreit. Gegenzug ist die Post dazu verpflichtet, wo es halt eine bestimmte Zahl von Briefkisten und genialen Vorteil gibt. Die Briefkisten müssen jeden Werktag herweren. Und die Post muss Kriege und Postkarten an jeden Werktag zustimmen. Und in den Nachzeugen 80% der Briefeabtrag nach dem Abschick wird bereits aus Briefer werden. Nachrichten im Hinblick auf der Nachrichten in der Hand. Das ist von der Praxis liegt im Hinblick auf der Nachrichten in der Abrundung. Und in den Nachrichten im Hinblick auf die Nachrichten, wo es halt einen Kontaktkasseschrechte Flugzeug befindet. Die Nachrichten in Karriere sind gerade in Berlin. Die Nachrichten an den Abrundung. Und aus den Nachrichten, wo es haltet, was haltet, wo er in den Kopfhörigen, die Nachrichten zum Abschick wird. Und bei der NachrichtenInnen bis ganz gut verpflichtet. Hier ist es in der Nähe von Köln, in der Nähe von Köln, in der Nähe von Köln, in der Nähe von Köln. Hier ist es in der Nähe von Köln, in der Nähe von Köln. Hier ist es in der Nähe von Köln, in der Nähe von Köln, in der Nähe von Köln. Hier ist es 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 in der Nähe von Köln. Vielen Dank. 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 Ich frage... Ich frag ja nur, weil da ein scheiß Haus kommt. Ich frag ja, weil es um Augen zuerst. Ich frag ja nur, weil es um Augen zuerst. So ist es hier, weil es um Augen zuerst. Ich frag ja nur, weil es um Augen zuerst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Wir haben zwei, zwei, zwei Cent. Wir haben eine erste Quinta-Pflicht an einer Stoffsrat. Wir werden zwei Quinta-Pflicht an einer Stoffenflucht und das ist der erste Quinta-Pflicht an der Schauspiel. Wir haben eine jedem Quinta-Pflicht für die Wachstum. Sie sind hier in der Linie gestiegen. Wir haben heute eine einzige Größendung, die im Schauspielraum zum Kleidungsplatz haben, den wem erzielen wird, Was? Das ist verpasst. Damals schon so, hier sind die ganzen Baustellen und dann waren die Scheißhauszufahren gesperrt. Wir können uns auch vorstellen, nicht mal den ganzen Baustellen aufzutreten und wenn das passieren sollte, dann wird es jedenfalls bei diesem Song mindestens genauso laut wie gestern in Dumbledore. Ich weiß es nicht, Jan. Ich muss ihn über den Ausweis an. Jetzt ist es, glaube ich, nicht angelaufen. Weiß ich nicht. Aber der hat nichts gesagt. Ja, das ist wohl so wichtig. Das war's. Oh, oh, oh. Musik 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020